Kampfen, Schwergewicht, Klasse bis 91 Kilogramm. In der roten Ecke für CFC Frankfurt, Sergej Hodic. In der lauer Ecke für den Märkischen Vorgsrichter, Aja Scherichi. Ringfrei, Runde 1. Schwer, Lach, und noch mal. Sonntag. Ringfrei, Ringfrei, Ringfrei. Ringfrei, Ringfrei. Ringfrei, Ringfrei. 3, 2, 3, 3, 2. Und, und, und. Halt! Ihr bleibt mal die Schlamme! Halt! 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 Heike, passt die rechte. Halt! Halt! Dann blieft eine kleine Junge. Halt! Halt! Taps! Taps! 1963, Halt! Halt! cinco die rechte! Halt! Halt! Fortschritte! Halt! Glant! W cô fed��! Ein schönes Abstand, Sergej! Ein schönes Abstand! Und dann mal die Rechte! Und dann mal die Rechte! So ist aber! Kommt die nächste! Dann mal die Rechte! Kommt die nächste! 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 Man lasst dich doch mal wachsen, du Klon! Alles ist zu schwemmen! Absatz! Jawohl! Untertitelung des ZDF, 2020 Lass ihn kommen, hoch, wiederkommen. Das ist der Fall. Ecke Sergej Hodic. Er beschritt bisher 80 Kämpfe, von denen er 45 gewinnen konnte. Er ist mehrfacher Landesverband und Regionalmeister. In der Rote Ecke für den CSC Frankfurt Sergej Hodic. Regen frei, Runde 2. Regen ist mehrfacher. Lass ihn kommen, Schönen! Lass ihn kommen! Stopp! Lass ihn kommen, Schönen! Lass ihn kommen! Lass ihn kommen! Lass ihn kommen, Bueno! Lass ihn kommen! Vielen Dank. Kommen ja, Kloch! Hörbke. 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 Sergej, das Kezcz,isch, Haftsa! Pfeffer! Hörbke! 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 Das ist eine große Herausforderung. Ech, der ich lebe! Ech, Ech, Ech! Ech, Ech! Ech, Ech, Ech! Ech... Ech, Ech! Ech, Ech! Ech, Ech, Ech! Ech, Ech! Ech, Ech! Bei sich das Trammer... Ech, wir schünen идет, oder? Für den märkischen Boxtreten kamen Box im Schwergewicht Arian Scherifi. Arian überspritt bisher 50 Kämpfe, von denen er 35 gewinnen konnte. Arian ist ehrfacher Westfalen- und westdeutscher Meister. In der blauen Ecke für den märkischen Boxtreten Arian Scherifi. Ring frei zur dritten und nächsten Runde. Ring frei zur dritten und nächsten Runde. Echt? Behandelt in der Flosse. Er wird die Flosse zu sehen. Das geht in der Flosse. Ja, das geht in der Flosse. Wenn du eine Flosse unterstiegst, kann ich dich für die Flosse unterstieg? ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Lege, 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 lege! Applaus 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 Muito trabalhaj viu Rato Reducir Gersta 즉 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus Der Kämpfer aus der roten Ecke, Segi Rodic, erhielt in dieser Runde eine Verwarnung wegen Haldens. Und hier das Ergebnis des abschließenden Kampfes im Schwergewicht. Siegernachpunkte, Segi Rodic, Frankfurt.